Ach, ist das heute ein schöner Tag. Ich hab gerade meine mit Diamanten besetzte Gabel vom Diamantengabelier abgeholt. Und, oh, was ist das denn? Ein Hase! Au! Idiot, war das denn jetzt? Lass sie doch mal auf! Was machen sie denn da? Sag mal, weißt du eigentlich, wie teuer das Auto hier war? Oh, wir kriegen gerade einen Notruf rein, schnell rein, guck mal. Was soll das? Unfall auf den Abflug haben. Mit deiner Schrottkiste, mit deiner Fruchtkiste hier. Hier, hier, warte, ich zeig dir, ich zeig dir deine blöde Schrottkiste hier. So, mein teures Auto, ich glaub echt, ich spinne, ich glaub, hier mit den teuren High Heels. Du kannst mir die High Heels auch noch bezahlen, glaubst du? Du bist schnell in der Frasenschlägerei, es wird immer schlimmer. Hör auf, hör auf, das ist mein Auto, hör auf damit, hör auf! Ich, ich, nein, nein, geh, au! Oh, ich bin fast so... Boah, es wird bricht für unsere brutalitäten, die da stattfindet. Halt, stopp, bleiben Sie stehen! Wir müssen schnell eingreifen. Hallo! Ich drücke ab. Aus, hören Sie auf jetzt! Weg hier, weg hier! Ihr habt Ohlo mein Auto kaputt gemacht, glaub ich, nein! Aus! Keine Polizei! Es reicht jetzt, es reicht jetzt, ja! Nein! Bitte bewahren Sie Ruhe! Was schreien Sie hier über die Straße? Es ist ein ganzes Mann auf der Straße. Ich kann keine Ruhe fahren, er hat mein Auto kaputt gemacht, der da vorne, der da! Jetzt beschreiben Sie erst mal die Lage, wie das passiert ist hier, jetzt beruhigen Sie sich erst mal, hier wird nicht gehauen, oder... Ich bin gerade, okay, ich bin gerade mit meinem super tollen Auto hierher gefahren, ja, ganz unschuldig, und plötzlich war da ein Hase auf der Straße, der jetzt natürlich weg ist, aber ich schwöre, hier genau war ein Hase! Und für den habe ich gehalten, weil ich total sozial bin und ich mag Tiere. Können Sie das denn irgendwie beweisen? Ich wollte gerade sagen, gibt es vielleicht irgendwelche Zeugen, oder... Oder Zeugen, oder so? Also, ich, äh... Ja! Ich, ich, ehrlich, ich lade das Video auf YouTube hoch, da habe ich genug Zeugen. Aber wieso reden Sie sich denn so auf und werden direkt handgreiflich, was soll denn das? Weg von dem Wagen hier, bitte! Sie wollen mindestens drei Meter Abstand halten von dem Auto? Ja, drei Meter Abstand von dem Wagen, bitte, halten. Auch Sie bitte, Herr 661-Clayer. Sie beruhigen sich jetzt auch mal, bitte? Ja, bitte, jetzt wirklich... Wollen Sie mich etwa noch durchsuchen? Boah, ich rufe meinen Anwalt an! Sie ist durchgeknallt! Ich rufe meinen Anwalt an, ich schwöre euch, ich rufe meinen Anwalt an! Nee, bitte, erst mal stellen Sie sich einmal kurz an die Wand, bitte. Einmal an die Wand, bitte. Ja, danke. So, und jetzt ruhig... Mit dem Gesicht zur Wand, bitte. Ganz ruhig. Mit dem Gesicht zur Wand. Mit dem Gesicht zur Wand. Mit dem Gesicht zur Wand. Das gilt auch für Sie, Herr... Ja, genau. Ich schieße mal vorsichtshalber die Reifen kaputt, nicht, dass der... Ja, ja, nicht, dass Sie da nicht abhauen. So. Was? An die Wand! Zurück an die Wand! An die Wand, da, bitte! An die Wand! Das ist schon wie ein altes hier. Ich muss jetzt einmal durchsuchen. Fass mich da nicht an, ich glaube ich spinne. Hör auf, geh weg! Was war das? An die Wand! Okay, was war das? Wir müssen an die Wand. Wir müssen an die Wand. Ich habe Zeugen. Sexuell belästigt, ich habe sie nur durchsucht, das ist ganz normal. Was haben die denn da an Weißes an der Nase, was ist denn das? Würde es Ihnen vielleicht was ausmachen, wenn wir mal Ihr Auto durchsuchen? Weil ich finde es ja ein bisschen komisch, dass Sie hier am Flughafen einen Hasen über die Straße laufen sehen haben. Ich wusste es, die ist durchgeknallt, die hat Drohungen genommen. Sie sind jetzt bitte ruhig, Sie sind jetzt bitte ruhig. Sie wurden jetzt nicht gefragt. Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden. So, ich schaue mal Ihr Auto um. Hast du das im Griff? Ja, ja, ich schaue mal das Auto durch. Sie, pass mal bitte auf. Aha, was ist denn das? Was ist denn im Kofferraum? Hase, ein weißes kleines Päckchen. Ein weißes kleines Päckchen, das sagen Sie alle. Nein, 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 das geht nicht. Das werden wir mal geschlagen haben. Ich packe das mal ins Auto. Bleiben Sie bitte an der Wand stehen? Bleiben Sie sofort an der Wand stehen. Ich muss ein paar Beweisfotos machen. Warte mal kurz. Ich habe mal kurz meine hochauflösende Handykamera raus. So, einmal hier. Tatbestände aufnehmen. Zack. So, okay. Ist gespeichert. Das werden wir jetzt aufnehmen. Sie kommen jetzt bitte mit. Sie sind jetzt mal läufig festgenommen. Und kommen jetzt bitte mit auf die Wache. Doch, steigen Sie bitte ins Polizeiauto ein. Steigen Sie bitte alle beide. Bitte leisten Sie keinen Widerstand. Sonst müssen wir handgreiflich werden. Der junge Mann steigt bitte zu den Alchemisten mit ins Auto. Und die Frau steigt bitte zu mir mit ins Auto. Sie kommen jetzt nämlich mit auf die Polizeiauto. Und werden dann erst mal vernommen. Ja, aber ganz schnell. Aber ganz schnell. So, die Frau kommt gleich in den Hals. So, und der andere kriegt keinen Ärger oder was? Nee. Ich habe das Auto gesucht. Den, den wir auch nicht. Ich habe da nichts vorgefunden. Aber er wird trotzdem festgenommen. Trotzdem ist es kein Grund, natürlich gegen sie handgreiflich zu werden. Aber das weiße Päckchen, das geht ja mal gar nicht. Da müssen wir natürlich erst mal schauen, was das ist. Oh. Das ist übrigens Leiter, Kollege. So, und die wollen hier halt fahren. Das macht nicht. Wir sind Polizisten. Wir dürfen das. Wir dürfen alle. Genau, in GTA müssen wir das machen. Sie bekommen nachher einen Donut von uns ausgegeben. Genau, das macht jetzt schon. Am besten noch einen Kaffee dazu. Ja, hallo, bitte. Geh weg. Nein, nein. Oh. Ja, also, da hatte ich die Tür jetzt nicht abgeschlossen. Sie ist selbstmordgefährdet. Sie ist auch kurz. Selbstmordbegangen. Nein, bitte nicht. Sie sind bitte ruhig. Oh. Ich bin bitte ruhig, ja. Polizeigewalt. Nazi-Stand. Ich konnte mein Tod vortäuschen. Jetzt ab nach Hawaii. Ich hab jetzt irgendwie die Kontrolle verloren. Oh mein Gott, ey. Rufen Sie einen Krankenwagen. Sie sind tot, Sie können nicht mehr reden. Wo sind hier alle? Ja, das war's. Glaube ich. Wir können wieder ab ins Diner. Komm. Ich hab Hunger auf Donuts. Das war wieder ein anspränglicher Tag. Ich auch. Komm los. Immer diese verdammten Hörfung. Ja, fangen wir alle hier. Mann, 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 ey. Sind so blöd, um Auto zu fahren. Ganz ehrlich. Da ist er. Ich seh schon Geister hier. Ich seh schon Geister auf der Straße rumrennen. Das gibt's ja mal gar nicht. Ja, Mann, wir sind voll der Zuckerentzug. Wir brauchen dringend ein paar Donuts. Ja, 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 am besten mit Zuckerglasur. So, dann... Oh, ruhig. Ruhig. Du bekommst es. Das war nicht. Das war hier der Rote. Der Rote hier. Der in dem roten Wagen, der hat richtig viel Scheiße gebaut. Ja, lassen wir das... Lassen wir ihn erstmal in Ruhe, weil... Ich brauch Donuts. Ganz schnell. Ich nehm jetzt mal eine Abküsse. Ist mir jetzt egal, was die sagen. Wir sind Polizisten. Wir dürfen das. Ab über die Rampen. Juuu. Oh, Donuts. Ich komme. Das war jetzt mal die Strafzettel. Polizisten ever auf jeden Fall. So, wo gibt's denn hier? Ich will Donuts haben. Nein. Ich schnapp mir jetzt die Bullen. Das war gar keine Ahnung. Das ist deine Art hat geschlossen. Was? Ich kann nicht mehr... Deiner hat geschlossen. Deiner hat geschlossen. Ich kann nicht mehr leben. Ich... Ich lass es bleiben. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich bin auch zum Donuts. Lebt wohl. Gegen die Polizeigewalt. Lebt wohl. Ich hab mich umgebracht. Es hatte keinen Sinn mehr. Ohne Donuts ist die Welt nicht lebenswert. Oh. Autsch. Was ist hier los? Officer, das war Ihre Schuld. Sollen wir mal sagen, herzlich willkommen zu GTA Online. Der klappt unser Auto. Der klappt unser Auto. Achso, ja. Ja, willkommen zu GTA Online. Hallo, bitte. Bleiben Sie bitte stehen. Sonst muss ich leider auf Sie erschießen. Oh, 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 oh. Wir demonstrieren. Jetzt arbeitet er noch zusammen. Großes Kompliment an euch. Steh bleibe. Ich hab immer wieder eine Freude. Bitte an die Wand. Ich halte ihn an. Oh Mann, ey. Oh Mann. Ah, war das lustig. Das war schön. Das war toll. Wen bring ich denn heute um? Wo ist der Polizeiwagen? Wo ist 616? Bist du ihn wiederhabend? Ja. Ich bin ein Polizist. Ich brauch mein Polizeiwagen. Ohne Polizeiwagen bin ich nichts. So, ich bin abgeschwungen. Wo bist du denn? Guck mal, wo das steht. Ja, wo steht er denn? Auf dem Schild drauf. Boah. Ja, das war ganz schön. Weiß was, ich mach jetzt mal einen Mega-Jump. Machst du nicht. Doch, mach ich. Ich nehm jetzt Anlauf. Dann springe ich hier über die Rampe, weil ich keine Donuts kriege. Okay, ich werd alles aufnehmen. Warte, einmal drehen. Und jetzt komm ich. Jetzt nehm ich Anlauf. Ich stürze mich in den Tod. Was ist denn da oben? Ah ja, Donuts. Donuts. Oh. Gegen die Polizeiwagen. Donuts. In der Sock. Das hört ziemlich gut aus. Hey Leute, können wir das zu 4 machen? Ach, wir können ja gar nicht... Doch, wir fahren alle hintereinander, dann springen wir raus. Wir können das ja gleich in der normalen Lobby versuchen, dass wir einfach alle Mega-Stunnen und dann alle gleichzeitig abspringen. Boah, wir haben ja hier diese schnellen Autos stehen. Ich mach das mal mit dem schnellen Auto. Gucken, wie hoch ich dann komme. Oh, vorne waren die Autos. Ne, was schön. Auf dem Parkplatz hier. Da, links. Ne, rechts. Hier, rechts? Ja. Ach, die Rampe hier nehmen wir. Okay. Ja, diese schwarze Rampe, da wo das Auto dran klebt, oder nicht? Ja. Wo seid denn ihr? Seid ihr da vorne beim Flughafen? Äh, kurz, genau, kurz vor der Einfahrt zum Flughafen, wo wir immer auch drüber springen. Ups. Sehr schön eingepaart. Ja, mach, wollt ihr mal, wollt ihr mal, wer fährt denn, wer, der vor? Wir müssen erst mal die Reihe aufbauen hier. Fahr du am besten vor, weil ich glaub, dann, du weißt am ehesten, wo. Warte, sollen wir lieber mit zwei Autos fahren, sonst willst du bei mir einsteigen? Sorry, wo bist du? Hier. Wo? Ja, juhu. Ah, pass auf. So, einsteigen. Boah, ich hate. Er ist immer noch im Bullenmodus. Ja, merkt man. Wir brauchen aber noch ein bisschen Anlauf. Ich fahr noch mal ein bisschen zurück hier. So bis zu den Schranken, das müsste gehen. Wir müssen ja versuchen, möglichst knapp an euch dran zu bleiben. Ja, deswegen. Ich fahr auch nicht so schnell. Warte mal, ich... Ja. Stell mich so hin, dass ich mich direkt an dich dran hefte, okay? So, dann fahr ich mal los. Boah, jetzt bin ich mal gespannt. Huiiii! Jawoll! Ich muss aussteigen! Jawoll! Bache! Kollektiver Selbstmord. Oh, Mann, ey. Oh, Mann. Wir sind sogar ziemlich synchron ausgestiegen. Also, ich bin auch ausgestiegen. Pandora ist nicht ausgestiegen. Die hatte Angst. Doch, ich bin ausgestiegen. Ich hab wohl zu spät gedrückt. Doch. Ja, okay, du bist ausgestiegen, als wenn du schon fast am Boden war. Ja. Ja. Was steht denn heute an? Was steht denn heute an? Ja, was steht denn heute an? Ja, ich wollte vielleicht mal das Testen mit dem Fußball. Ich weiß ja nicht. Äh, wie das so funktionieren soll. Weil, ähm, die Regeln waren da ein bisschen komisch. Aber das können wir ja mal testen, falls ihr das wollt. Klar. Auf jeden Fall. Gut. Gut. Machen wir das. Irgendwann. Oh. Warum ist mein Bild eigentlich so komisch gerade? Autsch. Steigen Sie bitte aus. Du meinst Testo Storm. Oh. Du musst aber die Kohle haben. Ich bin immer noch ein Polizist. Ich hab deine Kohle gar nicht aufgesammelt. Ne, ich mein, am Bestmatch. Ja, da muss ich aber noch ein bisschen kehlen, weil... Es geht ja noch 45 Minuten. Oh. 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 Warte, ich will nur einmal springen. Hui. Jetzt kommt's. Irgendwiger Sprung. Oh. Und los. Oh, warte. Ich versuch mal was. Hui. Ups. Voll gegen den Schild. Was ist mit dem Polizei-Auto? Wow. Okay, du versuchst mal. Ey, wer schießt denn auf mich auch mal? Das ist mit dem Polizeiauto ist ja super lustig. Mit dem Polizeiauto? Wieso? Der Wagen, ja, der da oben festkommt. Wie hängt der da immer noch? Ich hab grad einen Geist aus dem Auto gezogen. Ich hab den gar nicht gesehen. Ich hab den gar nicht gesehen. Ich hab den eingeparkt. Ich hab den gar nicht gesehen. Ich will den sehen. Warte mal. Boah, da vorne steht noch ein Polizeiauto. Ich bin wieder ein Polizist. Der leuchtet ja noch so schön. Ja, nein, ich weiß. So, warte. Polizist. Wo hängt er denn? Bei der Rampe. Hinter der Rampe ist so ein Fettlisch-Schild. Oh, das muss ich klären. Wir brauchen dringend einen Abstandwagen. Hier am Flughafen. Boah, da fliegt ein Auto. Wer war das denn? So, wo ist das Auto denn hier? Bei der Rampe, bei der Rampe. Ach, da, wie hast du das denn geschaffen? Ich bin geflohen. Wie hast du denn das Auto da hochgekriegt? Ach, da. Ja, da oben auf dem Schild. Mit der Rampe. Da bist du dagegen geflogen. Ich bin, glaube ich, zu langsam geflogen und dann reingekracht. Ach, du bist da genau drauf gelandet. Da musst du auch einfach hinkriegen. Das war natürlich gewollt. Ja. Habe ich absichtlich gemacht. Gegen die Brüngeweite. Ein Satz. In vier Wänden. Oh, äh, ja. Fast. Hey Curry, sind die auch Helis? Helis? Ich glaube nicht. Warte, ich schau mal. Weil ich würde nämlich gerne da oben, entweder da oben hier auf diesen, auf diesen runden Teil, was hier in der Mitte des Flughafens ist. Ja. Oder hier vorne ist ja auch so eine Riesenskulptur von einem... Hier sind leider keine Helis, aber wir können auch gleich wieder in den freien Modus gehen, wenn ihr das wollt. Ja. Wir müssen mal rausgehen. Das da vorne. Ist auch cool. Wir sollen jetzt rausgehen? Ja, ich glaube schon. Ihr wollt den freien Modus, ne? Uuuh, bring mich um. Ich gehe mal raus. Wir müssen noch ganz kurz was mit der Rampe hier erledigen. Okay. Ja, dann mache ich das auch noch mal ganz kurz. Ich möchte noch mal... Was ist denn das Ziel? Vielleicht können wir uns ja alle so lange erschießen. 25. 25 Tode. Ja, wenn das so ist, ja. Ey, was ist denn mit dem Hinterfamil? Ach, nur schnell das kurz ausfesten. Was blinken so auf der Rampe? Ja, wir müssen uns noch ein bisschen mehr Schubkraft geben. Die neuen... Ja! Nicht verbust. Boah, was wird der da gesprengt? Das war aber ein bisschen zu spät. Hast du es gesehen? Das war aber ein bisschen zu spät. Geil. Was habt ihr denn da gesprengt gerade? In der Luft. Noch Haftbomben. Haftbomben auf der Rampe. Ihr wolltet mich wegspringen. Das hat ja noch mehr Schub gegeben. Nee, das war extra so getimt. Natürlich! Also bitte. Das war genau so gewollt. Ja, genau. Die brennt. Die brennt. Die hat gebrannt. Ach, verdammt. Das war ja auch. Bleib doch da oben. Ach, das kennen wir ja noch von der Brücke, ne? Von der Brücke? Weißt du nicht noch von der Brücke, wo du immer runtergefallen bist? Ach, stimmt ja. Stimmt. Die Brücke. Ha, ja! Okay, jetzt. Mach da mal eben die 25 voll. Ja, ich mach die 24. Und der 16 ist gleich Rache. Ja, genau. Das mach ich mal. 20 voll. Man hört es irgendwie raus aus deiner Stimme. Ja? Ich? Ja. Komm her. Jetzt gibt's Süßes. Wie? Wo seid ihr denn alle? Ja, man sieht euch auf der Karte auch gerade nicht. Kommt doch. Na, nee, nee. Wo sind sie denn? Brauchst gar nicht schießen. Da kommt sie. Ah! Voll. Ich wusste, dass du da stehst. Mann! Warum hab ich denn überhaupt geschossen? Du hast sie doch gar nicht gezeigt. Ich hab dich noch nicht mal gesehen. Bei dem Müllcontainer. Boah, ich denke, die ganze Idee ist wirklich die Polizei wegen der Sirenen. Und ich guck schon immer auf der Minimap. Also, bei mir jetzt gerade ein bisschen langweilig, weil ich hier wieder durch die Weltgeschichte mache. Wo bist du denn? Wo seid ihr? Ah, fahr mal eben. Wer, wie der, wie der Mr. Icey vor mir Angst hat. Nein! Okay, kannst du für ihn? Wohl, du rennst weg. Ich hab drei. Das ist praktisches Warten. Wo bist du denn? Sag mal, wo du bist. Dann komm ich dich töten. Ich bin bei den Altchis. Ja, wo sind die Altchis? Beim Hafen. Beim Hafen. Der lügt. Hat sich so verdächtig angehört. Ja, weil der Angst schlacht. Nein, ich glaub nicht. Wo fahrt ihr hin? Fahrt ihr mit dem Boot weg, oder was? Nein. Jetzt ab zu Curry. Wo seid ihr denn? Und los geht's. Hallo! Ihr seid wohl gerade weggefahren, ne? Nee, zurück, zurück, zurück. Wir waren schon da. Sie drehen nur unsere Runden. Unsere täglichen Runden. Wollen wir hier durch? Ja. Lass dir das nicht gefallen. Ja, du musst mir helfen. Pass auf, sie kommt da gleich her. Was? Ja, voll. Nein! Ich muss der nachladen! Mit der Pistole. So geht das. Alter, wie schnell bist du gespawnt? So geht das. Wie geht das denn? Könntest du so schnell sein? Ja. Wie geht das überhaupt? Ich cheate. Haben doch die Ehe auf dich geschossen. Curry cheated. Gott, Maut. Ja, ich hab ihn auch geholt. Jetzt gibt's Krieg. Was? Die sterben. Wieso spawn ich immer zwischen euch? Das ist unfair. Ja, rate mal, wer das erste Match hier erstellt hat. Ja, ich nicht. Ich hab ein Leichen, nein! Das ist erst mal, dass ich mein Leichen sehe. Auch von der Seite ist das euer Ernst. Ja, bei mir war das auch so. Oh, Mann. Nein! Ey, darf ich mal spawnen? Mist! Wir sterben! Ach, das gibt's doch nicht, wie sie sich jetzt vercampen da hinten. Guck mal, wir spawnen die ganze Zeit, wir schießen direkt. Spawn-Killerei. Das ist taktisch. Ja! Die Archimisten hab ich schon mal. Zeig dich. Also, taktisch schon kurz. Taktisches Aussitzen. Okay, Curry, warte. Ich hab die Lösung. Nein, ach, die hatten noch Sword Protection. Kacke. Ohne Team-Modus. Achtung, Haftbomben! Ja, springt sie in die Luft! Das war nicht so geplant. Jetzt habt ihr richtig viel Deckung noch da hinten. Nein! Okay. Curry will uns umrunden, Achtung! Ja, ja, hab ich schon. Ja, okay, ja. Was willst du da? Rauchgranaten? Oh, au! Ja! Au, Curry! Yes! Laufen die da total unschuldig hoch. Was, unser Team hat zwölf, die haben dreizehn. Ja. Noch. Japp! Wow. Oh nein. Und da haben wir wieder aufgeholt. Wo ist die Wurst? Wo versteckt sie sich? Es geht um die Wurst! Die Wurst! Es geht um die Wurst! Curry, du musst... Komm schon! Ja! Super! Oh, no, ja. Versuche die Alchemistin. Das war vorne. Ah, die Spawn Protection. Yes! Boah, ich hab keine Deckung. Da haben die mich noch weggeholt. 15, 15, oh Gott. Oh, nein! Ja! Oh, Gott, das ist lieb. Zum Glück hab ich noch Spawn Protection gehabt. Ah! Ja, man hat nämlich gar nichts davon, wenn man euch schon sieht, während ihr spawnt. Weil ihr dann ja viel früher auf einen schießen könnt, als man selber auf euch. Genau. Nein! Oh, Mist! Von wo? Ach, da. Ja! Wir haben 18, wir haben 16! Ja! Wir haben 16! Ja! Ja! Aber weh, das campen wir auch nicht! Ja! Komm schon, komm schon! Ich seh euch nicht! Oh! Ah! Ah! Mist! Yes! Nein, wir hängen hier fest! Du hast mich noch gesehen! Ah! Yes! Ah! Sehr gut gemacht! 19, 19! Oh, schwammte Scheiße! Ja! Nein, das gibt's doch nicht! Die haben nur noch ganz bisschen... So kleines bisschen, komm schon! Ich muss hier nur einmal anhitten! Hm... Ja, noch nicht! Ich hab dich noch geholt! Ja, komm, wir führen mit einem Punkt! Das wird knapp! Ja! Oh man, oh man, nein, 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 nein! Nein! 22, 22, gosh! Schneller, 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 wo seid ihr? Okay, ich spiel jetzt mal gut. Warte ab. Ja! Hier ist auch doof. Immer weil du ganz kurz nach uns spawnst. Diese scheiß Millisekunde. Also, falls jemand dieses Deathmatch spielen möchte, das hat die Curry erstellt. Das möchte bestimmt jeder spielen. Curry, wie heißt das? Intro! Ja, Pandoria! Ist das Intro hohoho? Ein Kill noch! Komm schon! Nein! Nein! Ich krieg hier nicht Leben! Nein! Nein! Was? Hä? Ja! Ich schluck dich! Wir haben gewonnen! Oh Gott! Jawoll! 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 Ganz unfairen Mitteln! Was? Ihr habt gekukst! Genau! Ja, das ist mein Name! Pandoria! Pandoria sieht hier die Hasen! Ich nicht! Guck mal, die hat sogar eine Hasen! Ah ne! Ist nur ne Feder! Sprechung! Gefällt mir! Da! So heißt die Mission nämlich Intro hohoho! Er hat sich sehr viel Mühe dabei gegeben und die Garten waren ganz schnell gefällt! So, freier Modus! Freier Modus? Ja! Ja und wir sind auch jetzt schon ziemlich am Ende angelangt! Was? Achso! Ja ich glaube wir machen das einfach in der nächsten Folge dann. Genau! Weiter, ne? Ja! Machen wir das! Sehr gerne! Danke euch fürs Zusehen! Ja! Und spielt alle Intro hohoooo! Ja auf jeden Fall! Bester Modus ever! Ever! Ja die Sponpunkte sind einfach der Wahnsinn! Ja! Okay! Boah das mit 16 Minuten! Dann bis zum nächsten Mal! Genau! Bis dann! Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.